Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Uncharted 3. Ich habe gerade leider schon einen Schwinger wieder abgekriegt, weil ich einmal versehentlich die Pause weggemacht habe, aber macht ja nichts. Jetzt, Freunde, werdet ihr Zeuge einer so unglaublich Black Widow-mäßigen Befreiungsaktion. Ich bin direkt müde. Okay, los geht's. Adrenalin ist voll da. Du fühlst dich wohl ganz groß, hm? Ich zeig dir, was hart ist. Vorsicht, macht euch bereit. Bum! 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 Bop! Warte! Ei 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 ei! Hätt sich ja wenigstens mal ein paar Socken anziehen können vorher. Jetzt zu dir, Mr. Barfuß! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Und bleib unten! Bitte! So! Ich glaub wir müssen die Leiter nehmen. Sully durchhalten, wir kommen! Oh 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 oh! Die dicken Rattenjungen sind auch wie Chihuahuas! Bop! Nee! So, wir müssen... Ah! Alles klar! Schwung verstanden! Alle ab! Alle ab! Alle ab! Alle ab! Alle ab! So! Wupp! Fuck! Oh oh oh! Warum immer ich! Und tschüss! Und tschüss! Okay, das sieht nicht gut aus! Okay, das sieht nicht gut aus! Lea! Lea, natürlich! Wieso fliegen da ein paar Flaschen durch die Gegend? Mist! Ach du Scheiße! Zum Teufel bin ich! Wie es hier aussieht! Ich glaub wir müssen da lang! Hier geht gar nichts! Alle ab! Okay! Es geht vorhin! Alle ab! Huch! Okay! Es geht vorhin! Wo muss ich denn? Wo muss ich denn? Ach so! Wo muss ich denn? Okay! Okay! Muss ich denn da um die Kette springen? Was ist denn? Ja! 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 Warum bin ich dann gerade draufgegangen, wenn ich eh ins Wasser musste? Oh fuck! Okay, da ist der Funkraum. Jetzt muss ich nur an ihnen vorbeikommen. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, fall auf der Glocke Der kommt ja gar nicht her Warten Zwei erledigt Hol uns erstmal die Arschbacke hier oben Tschüssen Oh, mister Oh, close Oh, come on So Scheiße Mann Wieder komplett Ich hab die riesen Wummel nicht gesehen Oh, come on Das war erledigt Da ist das Geschütz Tschüss, mein Freund Ich muss mal Luft holen Oh, fuck Keine Ahnung Wohin Drag, was machst du denn? Oh, fuck No Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Scheiße! Mann! Ich kann nichts machen! Mann! 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 Was ist das? sehr gut und nur rüber freunde bist du denn schweinebacke schweinebacke Das ist gespürt! Wir sind gespürt! Okay, gespürt! Was macht er denn da? Warum schlägt er sich da auch die Wand lang? Kein Verständnis für. Kann nicht wahr sein, Alter. So. Der ist wirklich schick. Ich glaube wir müssen da hinten hoch, oder? Da so eventuell, oder was? Nee. Aber wo dann? Hm. Wo ist denn das Schiff, was heil ist? Warte. Hab ich da gerade Stufen gesehen, oder? Ich muss auf dieses Schiff da, oder? Ah, da. Okay. Hab's gesehen. Tja, eine schwierige, schwierige, schwierige Geburt. So. Oh. Oh. Nächsten ist absolut übermotiviert. Das sieht nicht zu gefährlich aus. Vorsicht, die Möwen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Tschüssin. Au, wa. So. Oh. Von Nächsten! Der Geruch von Propangas am Morgen. Das ist jetzt noch eine Gewaltmast. Ja! Oh, 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 oh. Hallo. Oh, 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 oh. Ah! Was ist denn? Oh, 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 oh. Der Geruch von Propangas am Morgen. Fuck. So, das war doch schon mal ganz gut. So. So, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Also Munition haben wir jetzt gar nicht so viel. Okay. Ast rein. Schön. Sollte klappen. Nicht hoch, Mensch. Da sammeln sich bestimmt gleich wieder welche. Äh. 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 So. Ah ja. Boah. Oh ja. Hops. 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 vermutlich. Oh, nicht da. Mann. Dreck, du Idiot. Alles Gute, kommt von unten. Schön vorsichtig. Schraub, schreist du denn so? Hä? Schraub, 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 schraub. Schraub, schraub, schraub. Oh der nächste bitte Na, also. So. Schieß-F hier, noch nicht schlecht. Wo ist jetzt der Funkraum? Wo seid ihr denn? Wie witzig, wenn er voll auf mich draufgefallen wäre. Schön vorsichtig. Hä? Von wo hat denn der andere geschossen? Verstecken bringt nichts. So, von da bestimmt. So, von da stimmt's. Noch irgendwo? Nö. Ups. 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 Warum ahne ich, dass hier gleich was rauskommt? Okay, wartet Freunde. Bevor wir weiter uns zum Schiff kämpfen, werde ich die Folge nochmal beenden. Ähm, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir was da und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Ciao!